Am Küchentisch entstehen Freundschaften, sagt man. Dafür fahren Jule, Rabea und Andi mit einer mobilen Containerküche einen Sommer lang quer durch Europa. Geflüchtete und Einheimische kochen und essen zusammen und lernen sich dabei kennen. Das hier sind ihre Geschichten. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Schrauben sind einfach eine Wurst. Das ist heißwetter, komm mal. Das wird nichts. Jetzt. Na ja, wird hoffentlich halten, ne? Ich würde sagen, der Letzte, der kann nur passen. Am Freitag haben wir das erste Mal gekocht mit einer Gruppe. Ethnic Cook nennen die sich. Die sind eine Gruppe hier aus jeglichen Ländern der Welt, eine Afghane, eine Rumänin, sie ist aus Brasilien, eine von der Elfenbeinküste, ein Palästinenser, ein junger Kerl. Ich habe Hummus, Tradition, Tradition in Palästina, in der Freitag oder in der Essen. All die Leute essen Hummus. Ich hoffe, dass alle lieben. Und jetzt? Und jetzt? Ich versuche die Tortillen, heute mit einigen Cheese und einigen Frijoles. Frijoles Negros. Das ist ein Mexikaner. Es ist die Grunde für Mexikaner. Und es hier in Bari, für mich ist eine gute Erfahrung. Denn es ist mit meinem Herzen und meinem Hintergrund. Und ich versuche, nicht zu fühlen, nicht zu sein, nicht zu sein. Ich versuche das aus meinem Land. Appetito! Grazie! Es sind schon viele kleine Gespräche gelaufen. Auch von ein bisschen persönlicher und Geschichten. Dann aber auch wieder ein bisschen lockerer. Es war, glaube ich, eine ganz schöne Mischung. Und irgendwie die Idee hat erstmal super geklappt. bei Kieler, die Nachbarn mit zwei, drei bis drei bis drei, drei bis drei bis drei bis drei bis zwei bis drei 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 bis drei. 허팝, der Spanns ist, als Sie das bei uns erst mal besuchen.